Der eine Mittelfeldspieler will gehen, der andere soll kommen. Die Rede ist von Hidemasa Morita. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aber ich denke, allzu viel falsch kann man da nicht machen. Das ist ein 26-jähriger Japaner, der aktuell in Portugal bei CD Santa Clara spielt. Und Morita hat bei Santa Clara noch Vertrag bis 2024. Angeblich gibt es aber eine Ausstiegsklausel, die bei 10 Millionen Euro liegen soll. Der Präsident von CD Santa Clara lässt sich wie folgt zitieren. Morita wird von mehreren Vereinen beobachtet. Wir sind in Gesprächen mit Sporting und auch mit Stuttgart, wo ja ein Ersatz für den Belgier Orel Mangala sein könnte. Ich habe jetzt gehört, Hals City soll auch noch Interesse haben. Ja, Sebastian, 10 Millionen, ich weiß nicht. Also das wäre, glaube ich, selbst wenn Orel geht, sehr viel Geld für einen 26-Jährigen, der noch nie in einer großen Liga gespielt hat. Ja, du sprichst an. Also weniger das Geld. Also das muss der VfB natürlich auch erstmal locker machen. Also vielleicht durch die Transfereinnahmen für Orel Mangala. Aber 10 Millionen für einen 26-Jährigen, der ja für Sven Mislintatsche-Verhältnisse schon richtig alt wirklich ist. Und ja, also das finde ich dann auch gewagt. Ich meine, Silas hat, glaube ich, 8 Millionen damals gekostet, kam in die zweite Liga, aber das war halt ein junger Spieler. Und ja, ein 26-Jähriger. Und du weißt halt, wie du schon angesprochen hast, nicht, ob er in der Bundesliga dann auch wirklich funktioniert. Ich weiß jetzt nicht um das Standing von Santa Clara in der portugiesischen Liga. Aber ich glaube, hier wird es dann doch nochmal ein bisschen anders zugehen. Ja, das ist das eine. Das andere ist für mich halt wirklich, dass ein Spieler, der bislang einfach noch nie auf großer Bühne sozusagen vorspielen konnte. Große Bühne meine ich halt die Top-5-Ligen. Ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart dieses Risiko eingehen würde, dann so viel Geld zu bezahlen. Aber, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, bei Sven Mislintat kann es natürlich immer sein, dass er irgendwie ein Deal findet über eine Leie oder so, dass man sich da irgendwie annähern könnte und so die 10 Millionen umgehen kann. Also, dass man sagt, man leiht ihn jetzt aus bis 2023, hat dann eine Kaufoption für, ich weiß es nicht, ein bisschen weniger. Keine Ahnung, ob da was möglich wäre. Ich kann auch überhaupt noch gar nicht einschätzen, wie gut Morita ist. Natürlich, wir haben letzte Woche damit angegeben, dass wir jetzt Y-Scout hätten. Und du hast auch gleich einen Bericht rausgelassen, der beeindruckend lang war, kann ich schon mal sagen. Der aber so im Überfliegen mir noch nicht ganz klar gemacht hat, warum dieser Spieler 10 Millionen kosten soll. Ja, das geht mir ähnlich. Ja, da war ich dann eher erstmal überrascht aufgrund der hohen Ausstiegsklausel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich denke mal, wir lassen das jetzt auch erstmal so als Transfergerücht stehen und verweisen darauf, dass wir natürlich ab Mai wieder das STR-Transfer-Update hier an den Start bringen werden. Das heißt, da werden wir einmal pro Woche alle Transfer-News und Gerüchte mit euch teilen. Ich finde es jetzt in dieser Phase gerade, Anfang, Mitte, März, fast schon zu früh, da regelmäßig in die Transfergerüchte einzusteigen. Das eine oder andere kann man mit Sicherheit mal thematisieren. Aber wenn man sich dann wirklich detailliert mit möglichen Neuzugängen auseinandersetzt, ich glaube, da werden wir irgendwann mal wahnsinnig, weil da werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten unendlich viele Namen diskutiert werden. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das so machen, wie wir es bislang immer gehandhabt haben, dass wir darauf so ein Stück weit warten, bis die Saison beendet ist und dann eben wirklich diese Transfer-Updates machen und euch dann vielleicht tatsächlich auch mit ein paar mehr Infos versorgen, was einzelne Spieler angeht. Vor allem, wenn es natürlich dann konkreter wird. Aber bei Morita, wenn ich jetzt wie Transfermarkt so eine Wechselwahrscheinlichkeit angeben sollte, würde ich sagen, die liegt unter 25 Prozent. Ja, da würde ich glaube ich mitgehen, ja. Ja, siehste, damit ist das Thema eigentlich schon, ja. Ja, genau, das Thema beendet und im Endeffekt. Und wenn Uriel Mangala noch ein Jährchen bleibt, hätte ich auch kein Problem damit. Ja, gerne. Also das ist für mich das geringste Risiko, mit ihm weiterzumachen.